Hey, ist der blaue Roboter da? Ja, Meister. Wir hätten deine Aufgabe für dich. Begleit uns bitte ins Spielzimmer. Ja, Meister. Warte, eigentlich könntest du uns ja auch ins Spielzimmer tragen. Ja, Meister. Und dabei musst du den Robo-Boogie machen. Ja, Meister. Hör gut zu, Roboter. Du hast die Anweisung, unser Spielzimmer aufzuräumen. Meinen Meistern zu dienen, ist mir die größte Ehre. Es funktioniert. Das ist total lässig. Ja, so müssen wir es ab jetzt eigentlich immer machen. Ja. Weißt du was? Wir wollen unser Spielzimmer nie wieder selbst aufräumen. Nie, nie wieder. Genau, immer nie wieder. Immer nie wieder? Nie, nie wieder. Für immer. Gar nicht. Verstehst du das? Ja, Meister. Zielsetzung neu berechnen. Wow, was machst du denn da, Roboter? Meine Befehle erfüllen. Ah, lass uns runter. Ich finde den blauen Roboter cool. Wo bringst du uns hin? In die Mülltonne. Was? Wieso? Ihr seid der Grund, warum im Spielzimmer dauernd Unordnung herrscht. Wenn ich euch in die Mülltonne stecke, bleibt das Spielzimmer immer schön aufgeräumt. Und dann müsst ihr das Spielzimmer nie, nie wieder selbst aufräumen. Was? Es ist ein durchdachter Planmeister. Ah! Bis zum nächsten Mal.